So Leute, ein Vlog endet, der nächste fängt an. Während meines Urlaubs hier auf Teneriffa habe ich so ein bisschen das Lulusfest 2017 verpennt. Aber es ist gar kein Problem, ich mache mich jetzt sofort auf den Weg zurück nach Deutschland. Und dann geht es als allererstes erstmal aufs Lulusfest. Viel Spaß! So, kleiner Zwischenstopp bei mir zu Hause und jetzt geht es erstmal ab aufs Lulusfest. Oh, okay. So, das war es jetzt mit dem Lulusfest 2017. Letztes Jahr war ich ja auch schon hier. Und ich würde sagen, ich fand es war wie jedes Jahr schön und wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hier. Und ja, das war es jetzt mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ich dann nicht, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal.